Wir sind auf dem Weg zum Kap Esmeralda, Sardinien. Eine traumhafte Kulisse hier. Esmeralda. Esmeralda. Eine traumhafte Landschaft zum Verliegen. Auch das Segeln gehört hier zur Romantik. Man sieht es an dem wunderschönen Katamaran vor uns. Man sieht es an dem wunderschönen Katamaran. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020